Also letztlich ist es für mich so, dass kaum ein Medium wie Literatur es schafft, Orte so darzustellen, wie es Literatur tut und auch entsprechend Sehnsüchte wecken kann, Emotionen wecken kann bei Leuten, die das lesen. Also man kann, glaube ich, in fast keiner anderen Kunstform so sehr in den Kopf von jemandem reinschauen oder das zumindest inszenieren im Schreiben und dadurch eine ganze Erfahrungswelt vermitteln. Ja, für mich ist es natürlich die Königsdisziplin. Ich bin mir aber sicher, Musiker würden vielleicht was anderes sagen, bildende Künstlerinnen würden was anderes sagen, aber für mich schon, für mich auf jeden Fall. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Was ist es, dass Berlin zu einer Stadt der Literatur macht und gleichzeitig zum Sehnsuchtsort vieler Schriftstellerinnen und Schriftsteller? Um das herauszufinden, sprechen wir über Berlin als Stoff für Geschichten, über den liberalen Status der Stadt, die Unabhängigkeit der Literatur und hören einen kleinen Ausschnitt aus einem Buch unseres Gastes und Autors Matthias Nafrath. Das alles in dieser Episode, verbunden mit der Einladung zum Internationalen Literaturfestival Berlin, jedes Jahr im September und das seit mehr als 20 Jahren. Und das sind unsere Gäste. Mein Name ist Matthias Nafrath. Ich wohne hier in Berlin seit etwa zwölf Jahren. Ich bin Schriftsteller. Ja, ich freue mich total, mit euch zu sprechen über Berlin und was es hier alles zu sehen gibt und was hier alles passiert ist und weshalb man hierher kommen könnte mal wieder. Hallo, ich bin Simone Schröder und ich bin seit 2016 in Berlin und seit 2017 arbeite ich für das Internationale Literaturfestival Berlin, bin da für das Programm zuständig. Das heißt, ich überlege, wie wir zum Festival einladen, wer bei uns auftreten und lesen könnte. Ich überlege auch, was für Themenschwerpunkte wir setzen könnten, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Team und freue mich sehr, dass wir heute miteinander über die Literaturstadt Berlin sprechen. Das Festival ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil davon und wir arbeiten auch viel mit allen möglichen Akteuren der Literaturstadt Berlin zusammen. Also es ist wie so ein Knotenpunkt eigentlich und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich bin Jonathan Ponstingel und ich bin seit 2018 bei Visit Berlin in der Destinationsentwicklung. Für uns geht es dabei auch immer um die Geschichten, die in Berlin erzählt werden, aber vor allem auch die über Berlin erzählt werden. Und die möchten wir gerne nach draußen tragen und das ist zum einen natürlich die Literatur. Es geht aber auch oft, gibt es Literatur, die filmisch umgesetzt wurde. Wir haben uns in diesem Jahr viel mit Babylon Berlin beschäftigt zum Beispiel und auch mit den Romanen von Volker Kutsche. Und deshalb beschäftigen wir uns mit diesem Thema und versuchen, das zu transportieren. Ich bin Michael. Euch viel Freude, mir diese Episode Berlin unboxed, dem Podcast von Visit Berlin. Wo trifft man sich, wenn man über Literatur in Berlin reden möchte? Es gibt, offen gesagt, so viele Möglichkeiten. Wir haben uns zum Start für das Berliner Ensemble entschieden. Und warum? Also das ist ein Ort, der für die Literatur sehr wichtig war und ist. Dass in den 20ern schon ein wichtiges Theater war, das hieß damals noch nicht Berliner Ensemble. Damals wurde schon, wir stehen nämlich auch vor dem Denkmal von Brecht, damals wurden schon Stücke von Brecht hier gespielt. Und später, nach dem Zweiten Weltkrieg, war er hier künstlerischer Leiter. Also zusammen mit seiner Frau Helene Weigel, die Intendantin hier war. Das heißt, ein wichtiger Ort für Berlin und dann natürlich später auch für die Teilung Berlins. Insofern ein sehr starker Bezug zur Literatur, zu Theater. Das geht ja Hand in Hand immer wieder. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Warum ist das für euch wichtig, der Ort? Ja, also Literatur geschichtlich ist das natürlich ein total wichtiger Ort. Also das Who is Who der Theatergeschichte hat hier entweder auf der Bühne gestanden oder im Publikum gesessen. Das reicht von so unterschiedlichen Leuten wie Lotte Lenya zu Benno Besson, Peter Zadek, Armin Müller-Stahl. Und Matthias hat eben schon Brecht genannt. Die Drei-Groschen-Oper hat hier Uraufführungen gefeiert und wird bis heute ja auch gespielt. Man kann die sich heute noch anschauen im Berliner Ensemble. Inzwischen in einer anderen Inszenierung als damals, versteht sich aber immer noch sehenswert. Und für uns als Literaturfestival ist es auch ein wichtiger Ort, weil wir hier auch Lesungen veranstalten. Und das ist wirklich auch was ganz Besonderes, im großen Saal des Berliner Ensemble zu sitzen, der einfach unglaublich schön ist. Das muss man einfach mal sagen. Mit hunderten anderen und dann der Lesung zu folgen, das ist toll. Und dieses Jahr wird es am 10. September Simon Rushdie sein, der für seinen ersten Auftritt in Deutschland live zugeschaltet wird aus den USA. Und mit Daniel Kehlmann und seinem Übersetzer Bernhard Robben, die hier dann live auf der Bühne sein, werden sich über seinen neuen Roman Victory City unterhält. Ist das übertrieben zu sagen als Schriftsteller, das sind so Orte, die natürlich inspirieren die einen? Oder natürlich merkt man hier auch so den geschichtlichen Teil und das, was hier los war, was Menschen hier offensichtlich auch erlebt haben? Naja, das sind sozusagen diese offensichtlichen Orte, die halt alle kennen. Mich inspiriert dann eher sozusagen in die Nebenstraßen zu gehen oder überhaupt hier unterwegs zu sein. Man muss sich ja vorstellen, man lebt ja hier, man ist ständig unterwegs, man hat Erledigungen zu machen und so weiter und kommt an diesen Orten ja häufig dann einfach vorbei. Und als Schriftsteller sucht man immer eigentlich nach diesen Hinterwinkeln und nach den Dingen, die irgendwie nicht offensichtlich sind. Also man gräbt sich ja ein. Also die Tatsache, dass wir natürlich nicht nur SchriftstellerInnen, sondern auch viele, viele andere Menschen, dass es sie sprichwörtlich nach Berlin zieht, was wir total nachvollziehen können. Aber wie viel hat das tatsächlich mit der Ausstrahlung vielleicht auch von Berlin zu tun für dich? Naja, Berlin ist einfach ein extremer Knotenpunkt für so vieles. Wenn man hier so durch die Straßen läuft, sieht man wirklich diese Schichtungen. Man sieht diese Brachen und man weiß genau, aus welcher Gewaltgeschichte das kommt. Das sieht man hier alles und man sieht natürlich auch die Gegenwart. Und Berlin ist ja eine extrem gegenwärtige Stadt gleichzeitig. Man sieht sozusagen die heutige Gewaltgeschichte, die syrischen Geflüchteten, die ukrainischen Geflüchteten. Die leben hier alle zusammen. Und das ist für mich zum Beispiel auch total interessant, dass Berlin ja so eine Stadt der Mikrowelten ist. Es gibt so viele Mikrokosten. Ich bin ja selber, ich komme ja aus Polen, bin in Polen aufgewachsen und bin quasi noch vor dem Mauerfall sind wir geflohen aus Polen. Das heißt, diese Ost-West-Geschichte spielt für mich eine Rolle, aber auch dieser Bezug dann zu der Gegenwart und wie die Fluchtgeschichten sich immer wieder reaktualisieren, auch das sieht man ständig in Berlin. Das Faszinierende daran, also auch die kulturelle Vielfalt, die das bedeutet und dann natürlich auch die literarische Vielfalt, die das bedeutet, weil es eine Stadt ist, in der unglaublich viele Autoren und Autorinnen aus der ganzen Welt sind. Und denen wird auch häufig geholfen, also es gibt hier verschiedene Programme, wie eben auch verfolgte Autorinnen hier irgendwie Zuflucht finden können. Und es gibt sehr viele Szenen, in denen diese Menschen sozusagen auch wieder Anlauf finden, sodass deren Schreiben auch wieder irgendwie Gehör findet und nicht sozusagen verloren geht durch diese Gewaltgeschichte und durch die Unterbrechung ihrer Leben, dort, woher sie fliehen mussten. Es passiert sehr viel, eben auch die queere Szene ist hier sehr stark vertreten und schafft es irgendwie so safe spaces irgendwie zu kreieren. Nicht nur in der Literatur, auch in anderen Bereichen. Und in der Literatur ist das für mich total nah und ich sehe total, wie wichtig das ist. Ja, Berlin ist auf jeden Fall auch eine Literaturstadt der Diaspora, also ein safe space gewissermaßen für AutorInnen, die in ihren Ländern nicht mehr veröffentlichen und schreiben können, die hierher kommen und die hier das dann im besten Falle irgendwie fortsetzen können. Das Besondere, um das noch einzufügen, in Berlin war diese Situation schon immer so. Ja, man fragt sich ja teilweise, warum sind so viele interessante internationale KünstlerInnen nach Berlin gekommen, zur Zeit in der Weimarer Republik? Warum hatte das diese Anziehungskraft? Und ich glaube, dieser liberale Status der Stadt war schon ein Grund dafür. Also, dass es eben eine Offenheit gab, dass es Freiräume gab, dass es queere Literaturmagazine gab, Clubs, Bars, in die man gehen konnte. Also, das Magnus Hirschfeld-Institut für Sexualforschung war so ein ganz wichtiger Knotenpunkt, glaube ich, und hatte auch eine internationale Strahlkraft. Also, so britische Autoren wie Christopher Isherwood und W.H. Orden, die sind auch nach Berlin gekommen, weil es hier Gay-Bars gab. Und es gibt an einer Stelle aus, in Christopher Isherwoods Tagebüchern, heißt es halt Berlin Man Boys. Und in der Anfangszeit des aufkommenden Nationalsozialismus, da gibt es auch in seinen Tagebüchern dann Notizen, wo er darüber schreibt, erst mal, wie adrett er die jungen NS-Männer in ihren Uniformen fand, bevor es ihm dann hier doch zu heiß wurde und er nach Kalifornien gegangen ist. Die Nazis haben ja diese Freiräume mutwillig zerstört, die Protagonistin vertrieben, ermordet und ganz viel kaputt gemacht. Wir wollen jetzt mal einen Blick aufs internationale Literaturfestival in Berlin werfen und damit auf besondere, auch ungewöhnliche Orte. In jedem Jahr wechselnde Orte, an denen gelesen und Literatur erlebt wird. Ja, also zur Einstimmung auf das Festival findet traditionell immer am Sonntag vor Festivalbeginn eine kollektive Literatur-Performance in ganz Berlin statt. Das heißt Berlin liest. Da kann wirklich jede und jeder sich beteiligen und entweder selbstgewählte Texte vorlesen oder auch etwas von den Büchern unserer Gäste, die wir vorschlagen dafür. Dann, das Festival wird in Berlin-Mitte beginnen. Wir sind erst in da an verschiedenen Orten. Berliner Ensemble ist einer davon. In der Staatsbibliothek unter den Linden sind wir im Collegium Hungaricum Berlin, in der Bertelsmann-Repräsentanz. Und in der zweiten Woche sind wir dann vor allem im Haus der Berliner Festspiele im westlichen Teil der Stadt. Das sind so die Zentren des Festivals. Und dann gibt es aber auch noch eine ganze Reihe weiterer Orte, das Instituto Cervantes Berlin, was so ein wichtiger Ort ist für die spanischsprachige Literaturszene in Berlin. Wir machen aber auch zum Beispiel Lesungen in Berliner Gefängnissen, also in Justizvollzugsanstalten. Und da findet dieses Jahr zum ersten Mal eine öffentliche Lesung statt, die man sich also auch anhören kann und dann also gemeinsam mit den Inhaftierten Dennis Utlu erleben kann. Ein wunderbarer Autor, dessen neuer Roman im Sommer rauskommt. Da geht es um eine Vater-Sohn-Geschichte im deutsch-türkischen Milieu und den kann man da in der JVA erleben, wenn man möchte. Wenn ihr das Literaturfestival durch habt, wie kommt ihr danach für das nächste Festival zu den Orten? Wonach wählt ihr aus und auch wie wählt ihr die Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus? Gibt es da Kriterien oder wie funktioniert das? Kriterien gibt es natürlich. Also zum einen die Säle müssen eine gewisse Größe haben, das ist wichtig. Also wir brauchen einfach einen Saal, auch in den 700 oder 1000 Personen reinpassen. Wir haben in diesem Jahr die Orte ein bisschen reduziert. Also wir waren auch schon, es gab mal den Versuch in allen Stadtteilen was zu machen zum Beispiel, was auch toll ist, aber organisatorisch ein Riesenaufwand. Und teilweise auch für das Publikum dann ein bisschen schwer von sich zu orientieren dabei. Deswegen haben wir dieses Jahr versucht stärker ein Festivalzentrum zu haben, besonders dann in der zweiten Woche im Festspielhaus. Für Kooperationen kommen aber oft auch Veranstaltungsorte auf uns zu und fragen, habt ihr nicht Lust mal was zusammen zu machen? Zum Beispiel das Dokumentationszentrum für Flucht und Vertreibung am Anhalter Bahnhof. Die haben dann gefragt und gesagt, hier, wir hätten so gerne mal auch Literatur bei uns im Haus. Und dann haben wir gesagt, schön, dann machen wir was, wir machen etwas zu afghanischer Gegenwartsliteratur dort und Fluchtgeschichten mit einem australischen Autor Mark Isaacs, der ein Buch geschrieben hat über Kabul und die zwei der Autoren, über die er darin auch schreibt, werden vor Ort sein. Mit denen wird er dann sprechen und das kann man dann da erleben. Niemand ist gezwungen, sich jetzt in politische Diskussionen zu stürzen bei uns. Man kann aufs Festival auch einfach kommen, um Buchtipps für seine Leseliste sich zu holen, zum Beispiel. Aber es ist ein ganz einfacher Zugang auch ein bisschen. Ja, genau. Also auch das ist möglich. Also wir haben gezielt jetzt auch in diesem Jahr so ein paar niedrigschwellige Formate eingeführt für Leute, die vielleicht noch nie auf dem Festival waren. Also da wird es Booktalks zum Beispiel geben. Wir haben im Haus der Berliner Festspiele eine ILB-Library eingerichtet mit den Büchern der Auftretenden. Da kann man sich hinsetzen, einfach ein bisschen schmülkern und da werden dann AutorInnen, die beim Festival auftreten, kurz über Buchtipps aussprechen und Bücher, die ihnen besonders am Herzen liegen. Und das sind kostenlose Veranstaltungen. Also da kann man, da findet eigentlich jeden Tag was statt, wenn man noch nie da war, einfach mal vorbeikommen und sich reinsetzen. Also nur weil wir gerade kurz vorbeilaufen am Ulstein Buch Verlag, das ist eigentlich ein schöner Gedanke gewesen. Du hattest das aus dem historischen Kontext raus, dass es Verlage und Berlin quasi einen ganz, ganz großen Wandel gab innerhalb der letzten, ich sage mal so knapp 100 Jahre eigentlich. Genau, 1925, habe ich nachgelesen, gab es in Berlin über vier Millionen Einwohner. Also die Stadt war zum einen größer als heute, was man nicht alle wissen, glaube ich. Aber auch die Literaturszene war größer. Also es gab in Berlin 928 Verlage und 1879 Buchhandlungen. Und zum Vergleich, heute gibt es noch 151 Verlage, also ein neunte noch von dem, was es 1925 gab und 227 Buchhandlungen. Was im gesamtdeutschen Vergleich immer noch spitze ist, aber es ist halt viel, viel weniger. Und man fragt sich, wo sind die alle hin? Ich glaube, der Grund ist einfach, dass das geschriebene Wort damals eine größere Wichtigkeit hatte, auch so im funktionalen Bereich. Also vieles, was heute übernommen wird, dann eben von digitalen Medien oder auch von Fernsehen, hat damals natürlich geschrieben stattgefunden. Und vielleicht deswegen, vielleicht waren das ja nicht unbedingt alles so hochliterarische Verlage, sondern zum Beispiel eben auch Verlage, die Zeitschriften, Zeitungen gedruckt haben oder irgendwelche Pamphlete oder keine Ahnung. Also nicht im abwertenden Sinne Pamphlete, sondern halt Flugblätter und solche Dinge. Ja, aber ich denke, ja klar, gelesen wird natürlich auch weniger, weil vieles, was früher nur durchs Lesen an Information aufgenommen werden konnte, wird heute natürlich über andere Kanäle auch transportiert. Ja, Literatur findet ja zum Teil auch in den sozialen Medien oder so statt. Auf TikTok gibt es Booktalk mit, also Literatur kann auch außerhalb von zwei Buchdeckeln stattfinden. Aber damals war das natürlich das zentrale Medium, das Buch. Und was ich auch noch total spannend fand, man sagt ja oft, dass heute, dass Berlin so eine Stadt der Diaspora ist, aber es war damals auch schon so, dass 360.000 Russinnen und Russen aus Russland geflohen sind nach Berlin vor der Revolution. 360.000? Genau, also eine irre Zahl und die haben vor allem in Charlottenburg gelebt und Charlottenburg hat deswegen damals den Spitznamen Charlottengrat bekommen. Nein, das wusste ich nicht. Es gab wirklich, Berlin war sowas wie die dritte Hauptstadt des russischen Geisteslebens, wird es oft genannt. Und es gab zum Beispiel 39 russische Tageszeitungen in Berlin 1923. Und es gab 86 russische Verlage. Das sind also Zahlen, die ich bei der Recherche für unser Gespräch heute gefunden habe, die ich total spannend finde und wo, glaube ich, auch ganz viele Geschichten auch dahinter stecken. Und also, wenn ich die Möglichkeit hätte, mal in der Zeit zurückzureisen, dann würde ich sehr gerne mal Wladimir Nabokov besuchen, denn der hat damals auch für über zehn Jahre in Charlottenburg gelebt mit seiner Familie und war Teil von dieser russischen Community. Dass wir das zeitlich einordnen können, zu welcher Zeit war das ungefähr? Das war von 1922 bis 1936. Also Nabokov hat erst in Oxford studiert und ist dann zu seiner Familie nach Berlin gezogen. Sein Vater ist ums Leben gekommen bei dem Versuch, zwei russische Terroristen aufzuhalten, die einen Anschlag verübt haben hier in Berlin. Und er wurde dabei umgebracht und Nabokov hat mit seiner Familie dann hier gelebt. Und es gibt unter Germanisten die Theorie, dass er zu der Zeit eine deutsche Novelle mit dem Titel Lolita gelesen hat. Und dass das eine Vorlage war für seinen Erfolgsroman. Aber man weiß nicht, ob er gut genug Deutsch sprach, um das überhaupt zu verstehen. Ich denke ja schon, aber wenn ich in der Zeit reisen könnte, dann würde ich ihm mal einen Besuch abstatten und mal checken, wie gut sein Deutsch war. Dann könnten wir ihn einfach fragen. Aber was für eine schöne Geschichte auch tatsächlich. Ja, natürlich. Durch den Trubel der Stadt geht es für uns zum Dorotheen städtischen Friedhof und damit zur letzten Station auf unserer literarischen Reise durch Berlin. Einer der bekanntesten Friedhöfe Berlins, ein ganz besonderer Ort und Ruhestädte vieler berühmter KünstlerInnen und Persönlichkeiten. Ja, also was jetzt so bekannte Persönlichkeiten anbelangt und jetzt im Besonderen aus der Literatur, da ist sicher Christa Wolf und Anna Segers sind da zu nennen. Brecht natürlich und Helene Weigel, also Brechts Frau, die ja auch eine bekannte Künstlerin war. Von so jüngeren Generationen sicher Heiner Müller ist da zu nennen, der auch ein interessantes Grab hat, weil er hat sehr viel geraucht. Er war ein Kettenraucher und neben seinem Grab steht so eine Vogeltränke, die in Form eines Aschenbechers gestaltet ist. Und vielleicht die Person, die jetzt von den bekannteren Schriftstellern der jüngsten Zeitgeschichte hier begraben liegt, ist Wolfgang Herndorf, also der Autor von Sand und von Schick. Ja, wir stehen hier vor dem Grab von Thomas Brasch, das würde ich vielleicht auch erwähnen, also einer der ganz wichtigen Lyriker der DDR-Zeit und der immer kritisch seinem eigenen Land gegenüberstand, aber sich auch mit dem Westen, also sich vom Westen auch nicht hat vereinnahmen lassen wollen. Und das ist ein besonders schönes Grab, finde ich. Die Skulptur hat der Bildhauer Alexander Polzin gestaltet. Einfach ein ganz schöner, friedlicher Ort, finde ich. Ich bin hier immer gerne hergekommen, als unser Büro noch gegenüber war in der Mittagspause. Man kann hier auch gut Vögel beobachten, zum Beispiel Grünspechte, habe ich oft hier schon gesehen. Und abends kann man hier um die Ecke, wenn ein Meer nach lebendiger Literatur ist, auch Lesungen erleben, nämlich im Literaturforum im Prechthaus, was vorne ist. Das ist eines der fünf staatlich geförderten Literaturhäuser, die machen hochkarätiges Veranstaltungsprogramm. Einer der wichtigen Literaturorte hier in Berlin. Ist das das erste Buch, was wir herausfinden während des Podcasts eigentlich für Zeit, sage ich mal? Genau, ich lese eine ganz kurze Passage aus meinem Roman Der traurige Gast. Das ist ein Roman über Berlin als Transitraum, könnte man sagen. Also für sehr viele Biografien, die eben Biografien von Ausgewanderten sind, die in diese Stadt kommen und die sich mal besser, mal schlechter hier wieder verwurzeln. Und diese Passage, die ich aber lese, die ist so mitten aus dem Buch gegriffen und die zeigt jetzt auch vielleicht nochmal so einen ganz anderen Aspekt von Berlin, den ich auch sehr literarisch oder sehr poetisch finde immer wieder, wenn ich das so erlebe irgendwie hier in Berlin. Dieses kleine Kapitel heißt Sommer. Die Hitze war noch nicht da, aber es war warm geworden. Es war nun zu spüren, wie weit im Norden wir waren. Bis kurz vor Mitternacht war es taghell und schon ab halb vier Uhr war über den Dächern im Osten wieder ein türkiser Schimmer zu sehen. Ich hatte mein Fahrrad reparieren lassen. Ich fuhr damit am liebsten nachts herum, wenn die Straßen leer waren. Einmal fuhr ich zum Potsdamer Platz. Die Lichter der Wolkenkratzer um das Sony Center beleuchteten die Stille der nächtlichen Stadt. Ich fuhr zwischen den Wohnblücken herum. Niemand außer mir war auf der Straße, kein Auto fuhr. Es war warm. Ich erreichte den Anhalterbahnhof und bog nach rechts Richtung Kanal. Unter der verrosteten Brücke der U1 blieb ich stehen und hörte ein paar Minuten lang dem Flöten einer Nachtigall zu, die irgendwo in einer der letzten Brachen der Stadt verborgen auf einem Ast saß und in die Stadt in die Leere und Stille der Nacht hineinsang. Simone, vielen, vielen Dank auch für deine vielen Gedanken zu dem Thema. Schön, dass du dich damit so viel auseinandersetzen kannst und das mit uns teilst. Vielen Dank. Ja, danke auch von meiner Seite. Und wer jetzt neugierig geworden ist auf die Literaturstadt Berlin, es gibt eine eigene Webseite, literaturstadt.berlin. Und ja, wer im September in Berlin ist oder auch Lust hat vorbeizukommen, eine ganz herzliche Einladung an dieser Stelle zum Internationalen Literaturfestival Berlin. Man kann rund 140 AutorInnen aus der ganzen Welt bei uns erleben in Veranstaltungen. Es gibt ein großes Kinder- und Jugendprogramm, es gibt ein Graphic Novel Day, es gibt verschiedene Highlights. Werner Herzog kommt zum ersten Mal zum Festival und spricht über die Literatur in dem Bezug zu seinen Filmen. Also es gibt zig Gründe, im September nach Berlin zu kommen und das ILB zu besuchen. Und ja, vielen Dank für das spannende Gespräch heute mit euch. Und auch an dich, vielen, vielen herzlichen Dank. Also auch für den kleinen Auszug aus deinem Buch, aber auch für deine vielen Gedanken und auch für das Teilen einer Vorstellung, um sich so ein bisschen ein Bild zu machen, wie du das aus deinen Augen so, wie du Berlin wahrnimmst als Schriftsteller. Ja, vielen Dank, dass ich zum Gespräch eingeladen wurde. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe auch viel Neues gelernt. Jonathan, an dich auch, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Das war sehr, sehr schön. Cool. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder dieser. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de. Ja, danke. Tschüss. ori AUTO. Wow. hätte.